Moin Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir und zwar ich wollte mich nur kurz melden, dass ich jetzt bei Livestream Online bin, also ihr könnt gerne vorbeischauen und bitte noch nicht followen, weil ich noch nicht so viel eingestellt habe, deswegen wird euer Name dann nicht angezeigt, aber ihr könnt gerne vorbeischauen und euch den kleinen Livestream-Kurs angucken, ich werde noch ein paar Minuten, Stunden streamen, ich weiß es noch nicht, es kommt darauf an, wie lange ich Spaß an der Sache habe und der Blender ist auch mit dabei und wir werden ein bisschen AMA3 jetzt zocken, also wenn ihr Bock habt, dann schaut es uns doch zu und dann haben wir eine Menge Spaß, ihr könnt auch Fragen stellen und so, also ich habe jetzt mir auch einen zweiten Bildschirm gekauft und ja, ich kann jetzt alles sehen und so, das ist schon ganz viel geiler, ja, dann bis gleich, ciao.